Den nochmal machen Ja, natürlich Warte, ich bin direkt wieder da, ich geh mir schnell was zu trinken holen Jo Ähm Du willst Twitch Prime Konto? Ja Hast du dir die Twitch Prime Loot abgeholt? Ja So, wieder da BW So, dann würde ich sagen, starten wir den Deck nochmal, wa? Oh, go, go Ja, starten können wir ja Frost Ja, da machen wir dann nicht mal Private, ja Da wird keine Ausbildung hier Private, ja So, kann ich noch eigentlich was ändern? Ähm Auch den Eine Hinterschrift, oder? Okay Jetzt Ich bin jetzt komplett golden, ich bin der goldenen Ritter Dauer und Schnabel freuchtest mich erst mal hier Brechen wir ihm den Schnaub Ja, und Schwanzfeder Einmal alles, bitte Einmal komplett auseinandernehmt und mitnehmen Brechen wir ihm die Beine Ähm Wo geht denn, wie meinst du ihm darfst von der Soundqualie Äh, wo geht denn, wie meinst du ihm darfst von der Soundqualie Das ist geupgradet hier Ja, du hieß denn die Logis, warum finden wir grad nicht die Mob? Komm, komm Lachen Ja, ihr müsst das eh zu zweit machen, ne? Warum? Äh Welchen sind wir da reinkam? Hä? Wir sind auch noch nicht drinnen Ja, da habe ich drinnen Ja, ich bin hier grad am Laden fest Arben? Ja, hier guckt man an der Links Was, was, an der Links? Hier in der Ecke fest Oh Aber wo, was? Hier beim Schmied Ach da Was machst du denn da? Keine Ahnung Was, was hängst du denn da so? In der Seile? Oh, wo ist das denn? Ach so Ich bin in der Türsteher Pass auf, sie ist das zu blätter Oh Match gefunden Ja, warum lädt denn der so lang? Was ist denn los? Lädt der bei euch auch so lang? Ja Mhm Okay, Gott sei Dank Da war gerade am abschmieren Wir sind zu stark dafür Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht Ich spiel in der Eule Kann auch ein paar Special Schilde auf, damit ich nicht mehr aus der Luft schießen kann Tja Tja Tja, so kann man das Let's Play auch machen Der Walking Simulator Und Ich habe letztens so einen Baum Simulator gesehen Ja, da guckst du einem Baum zu Ja, da guckst du einem Baum zu Ach du Scheiße Denk ich mal Ach du Scheiße Denk ich mal, aber so einen Tag nach Zyklus Ach du Scheiße Wie bist du auf sowas gekommen? Äh, das habe ich bei irgendjemanden mal gesehen Und das war so spannend, da hast du gesagt, das brauche ich auch jetzt Ja, natürlich Äh, ich glaube kostet 70 Cent Ja, 70 Cent Vollgoldet Wie einem Baum zu, wie er wächst Die Jahreszeiten gleitet Lädt er bei euch immer noch? Ja Das läuft ja Das läuft ja recht gut Speedrun Speedrun Vielleicht kämpfen wir ja schon Oh Versiegt Trampel, 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 Trampel Welches Vieh ist das da unten eigentlich? Oh Du hast wieder gnäscht Die Server-Netzverbindung ist abgelaufen Spielen Bei mir ist noch nichts passiert Bei mir auch nicht Oh, wir sind drinnen Echt? Ich bin immer noch im Ladebild Schön, dass jeder was anderes hat Äh, ich bin komplett rausgeflogen Ich bin auch noch im Ladebildschirm Ach du bist so blöd Ich hab jetzt echt genau, du bist durchgekommen Ja sicher, ich hab hier ein Biest Also ich bin jetzt hier wieder in der Stadt Ja, scheiße Warum kommt bei mir nicht die Fehlermeldung? Willst du Bescheid, ne? Soll ich jetzt Alt F4 machen, oder was? Wollte grad sagen, wäre es einfacher Alt F4 und weiter geht's Tag raus So, Dauntless läuft Nein, das stimmt doch gar nicht Das Spiel läuft doch gar nicht Das Spiel läuft doch gar nicht My favorite Slayer We'll tell the others Das stimmt auch nicht Well, these blades are the same Eh Sagt Bescheid, wenn ihr online seid wieder an gerade trampel 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 er ist bei hippie komplett abschießen oh diesen ladebildschirm kann ich ja die jagdgruppe besteht aus keine mitglied das stimmt doch überhaupt nicht mehr noch dabei vergoldete hält ist doch da der was der vergoldete hält wieder online okli dookli oh der hund hier wieder auch den gehe ich auch noch mal schnell streicheln oh die kleine komme wauwau ja du ja du äh wenn du links vom start gehst nach oben bei der treppe da am ende der treppe so auf dem wegesrand da ist ein wauwau 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 oju ach den kann man ja streicheln doch hier ist ja noch einer was wo hier oben bei mir gut läuft dann der nächsten monat auch ein hund ich komme hundi oh was ist das denn hier ne ziege die ziege kannst du nicht streicheln ganz übrigens wieder anmelden wir sind da ne achso äh kann ich das eigentlich auch so ne ne ich muss immer da und wenn du deine m drückst m ah ok da habe ich auch anmelden können bin auch mal wie ein doof einfach an die palette dann geh den gang oder ne herstellen in die jagd oh ich habe alle wahl und hoffen die schrottel ja ich suche auch cutter nebenbei zwei brauche ich noch net schön ok so ich brauche eine brandwaffe und eine frostrüstung brandwaffe habe ich ich habe mir nur eine andere waffe genommen aber die ist jetzt halt was schwächer aber ich muss noch eine quest machen mit dem betäuben und das geht mit dem hammer am besten ne ja wie war das nochmal irgendwas mit kuh oder so ne mit kuh reload ist du du hast vier ladungen drinnen die kannst du mit rechts abschießen oder einmal rechts beim schritten recht sich drücken dann schießt sich sozusagen nach vorne wenn du zweimal recht sich was machst du sag ich mal so nur auswärts das ist einfach mal ein bisschen kannst ja jetzt ja warte mal links 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 keine ahnung was das für ein button ist ausweiche explosion ironisch ja dann kostet ihr gehört wo ich in die weiter sieht aus wie so ein wickiger jetzt holzer wickiger ja hab du schon einen renner ne 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 na wo ist er denn ne 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 das jetzt schießen jetzt hat er auf mich geschossen da ist er aua scheiße daniel sind alle gefrästelt weg in meine arme booty nein ach man die soll doch grad zurück bum 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 oh weg da oi oi na toll hau die lucas bum da ja komm gib mir den kopf, gib mir den schnabel komm 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 huua ohhohoho das war knapp ja hab ich mir auch grad so gedacht ey warum werd ich hier mal eingefroren Halt die Schnabbe, du. Fisch. Schreckes Gerl, du. Nein, der Bombe fand, Big. Au. Der hat jetzt runterfallen müssen. Einfach so. Nein. Da wo ist er hin? Tschüss. Oh, scheiße. Warte, ich schicke. Focke. Nein, ich bin eingefroren. Nein, hau mich nicht runter. Oh, 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 oh. Nein, der hat runterfallen müssen. Das war knapp. Nein, ich bin noch ohne den Schnabel abhauen. Müssen wir eigentlich hier so am Limit kämpfen? Eigentlich nein. Oh, Alter. Oh, das. War das jetzt er oder was? Das tut dann hier. Keine Ahnung. Ich habe es eigentlich auch versucht. Aber kann natürlich sein, dass ich auch gewesen bin. Aber hundertprozentig bin ich. Oh, gut, dass ich mich treffe. Nein, haut ab. Ich schieße noch. Bamm. Beklappen können. Hey, der Lars ist auch wieder da. Er kommt, das Viech ist weg. Sollte mir zu denken geben. Ah, da ist das Vieh ja wieder. Hattacke. Nein, oh, ich habe schlecht gehalten. Oh, irgendwas abgebrochen. Frost, manche erhalten auch so. Schnabel erhalten hier, voll. So, jetzt bald noch hier. So, wenn jeder ab ist. Dann kann ich mal anfangen. Dann sind alle Wacken zu bauen. Uiuiui. Oh, pass auf. Ups. Warte, ich soll dich da raus. Oh, putz. Ja, danke. Ich habe sie jetzt gerade gerade in aller Ruhe nebenkriegen generiert. So, der ist am Hintern dran, oder was? Hintern betatschen. Ja. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. In dein Gesicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Den haben wir mal vernichtet. Diesmal habe ich auch einen guten Rang. Nicht schon, wieder nicht schon, wieder nicht schon, wieder. Okay, ich warte mal wieder 120 Sekunden, bis ich hier rauskomme. Oh, nö. Ah, ich habe vier Fehlern bekommen. So, warte mal, wie sieht denn die Quest aus? Ja, also die Fehlern haben wir jetzt auch fertig, genau. Oh, hier habe ich eine Quest fertig. Die kann ich abgeben. Wo muss ich hier abgeben? Hier muss ich hier abgeben. Das ist ein super Spiel. Es ist absolut packfrei. Akzeptieren. Ach, hey. Helion. Waffenkarten freigeschaltet. Ach, du scheiße. Wie viele Quests habe ich... Ach, du scheiße. Wie viele Quests kann ich denn jetzt annehmen? Ach, du verdammte Kacke. Ach, du scheiße. Sammle 30 Brandkugeln auf einer Patrouillenjagd. Ach, du scheiße. Ich glaube, das sollte, glaube ich, nicht so schwer sein. Ich glaube, man kriegt ja pro Patrouille sowieso 10 plus 10 vielleicht. Kaltes Licht. Okay, Panger mit einer Neutralen Laufung. Okay. Jetzt wollen wir die ganzen Dinger annehmen. Ich will eine Offensivkehren und Sturz. Sieht aus wie eine Farbe. Ja. Na, du boost. Die eine Quest annehmen jetzt. Sammle da einen angebrochenen Eckzern vom Kopf eines Drask. Hast du noch irgendwas? Ja, da ist noch eine Quest. Ach, du Schande. Ich habe jetzt alle angenommen. Öffnen. Ich habe nur Kacke bekommen. Ich muss mir das irgendwann mal in Ruhe durchlesen, alles. So, hier muss ich aber noch eine Quest annehmen. Hier ist noch eine Quest. So. Dann haben wir hier noch was. 25 Platinum. Ach, du Schande. Jetzt haben wir hier Quest ohne Ende. Also, ich würde sagen, wir machen erstmal die eine hier fertig, wa? So. Warte, welche Worte hat denn jetzt? Diese Mahlstrom. Ja, würde ich auch sagen. Weil sonst kriegen wir immer neue. Wen müssen wir? Naizaga, genau. Hört sich ein bisschen nach Blitz an. Warte, ich gucke. Naizaga. Ja, ist auch Blitz. Nein. Der Mr. Blitz ist das. Der Mr. Blitz. Der Mr. Lava, Lava. Habe ich überhaupt schon eine Blitzrüstung gemacht? Oh Gott. Oh Jesus Christus. Aber stimmt. Ups. Stimmt ja. Oh Gott. Auf, Kimben. Oh Gott. Blitz, Blitz, Blitz. Was ist denn Blitz? Äh, zum Beispiel der Drask ist Blitz. Äh, dr 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 dr. Okay. Okay, ja guck. Ich hab schon mal, schon ne. Nein. Ich hab nur einen Teil bisher hergestellt. Ach du kacke. Oh Gott. Ich krieg gleich so auf die Fresse. Nei, Sargas, elektrische Kohle, um sie zurück zu reflektieren und schade zu sehen. So, weiter geht's. Blitzrüstung hab ich bislang auch noch nicht. So, mal gucken. Ausrüstung. Ne, Moment. Naturwaffe und Blitzrüstung. Ach du Scheiße. Habe ich beides nicht. Naturwaffe. Hab zwar eine Naturwaffe, aber die ist richtig. Ja, meine ist auch. Das erste Stufe. Ja, das ist halt was anderes. Hauptsache du bist über den Zahlen. Na gut, ich nehm mein Ember schwer. Mein Ember ist schon auf 300. So, ich nehm den? Ich bleib auch grad bei meinem Feuerwaffen, wenn ich da auf 300 bin. Ähm, was war das? Blitzrüstung, ne? Jo. Alter, davon hab ich gar nichts. Ja, dann nimm einfach die beste Rüstung, die du hast. Von den Werten her. Bei dir ist das, glaub ich, die Gnäsche Rüstung. Ja, oder die Eisrüstung jetzt hier. Oder die Eisrüstung. Kommt natürlich auf die Augen an. Also ich bin bei 260, 270 von 200, jeweils. Oh. Ach, jetzt hab ich schon wieder nicht private Lobby gemacht, ne? Ja gut, neuer, neuer Beameth. Vielleicht ist es gut, dass wir nach dem vierten dabei haben. Ach, okay. Also, denk dran. Elektrische Kugeln anhauen und die... Ah, da ist er schon. Man sieht ihn. Hallo. Elektrische Kugeln anhauen und ihn zurückleiten. Dann kommt der Mitch. Bin so schön überfordert. Guck, guck, seine Rüstung ist perfekt. Elektro. Wahrscheinlich, aber auch Ideas, wenn das spielen. Ja, das ist wahrscheinlich. Flanz hin. Nein, ich wollte auch nicht die Lateine machen. Dennoch müsste er, glaub ich, hier sein, eigentlich. Jetzt denkt er, random Bob, geil, der hat ihn schon gefunden. Schön den random verarscht. Ich glaube, da hinten, oder? Da ist er doch, oder? Ja, da ist er. Oh, okay, einer von euch ist schon da. Der ist im Angriffsmobile. Oh, ich bin da. So, jetzt noch mal anderes schicken. Ich fahre noch pflanzen und sammeln. Oh Gott. Oh Gott. Was war das denn? Oh Gott. Was, meine Verbrauchsgegenstände sind blockiert? Alter, wie schnell bin ich denn? Oh, Alter. Oh nein. Alter, was geht ab? Alter, das Vieh, das gefällt mir jetzt schon nicht. Der ist wie... Alter. Uwa. Wir müssen hier die Stachen kaputt machen. Kann man die Stacheln vielleicht die Kugeln dazu benutzen, um sich zu schießen? Da kommt eins geflogen. Ich glaube, das sind diese Kugeln. Die kann man auf den zurückleiten und damage verursachen. Alter, der macht höllisch schaden, ey. Alter. Alter. Oh mein Gott. Der ist halt nicht. Das sind die Kugeln. Der ist halt nicht. Aber... Die ist halt nicht. Der ist halt nicht. Der ist halt nicht. Das ist halt nicht. Ich trinke mal so ein bisschen. Am Boden. Oh Gott, er wird wie... Oh, Mutti. Hot zu gehen wieder. Der ist halt hinter ihm. Warum habe ich den Schaden bekommen? Alter. Ich bin am Abrollen. Dennoch schaden. Der ist da gerade. Oh Gott. Alter. Was gibt's aber gern? Dein Wrestling Movie oder was? Ey, gar nicht. Ich habe mir ein Meisterschaftsziel erreicht. Nein. Was hast du? Meisterschaftsziel erreicht mit dem Speer. Ich habe 250k. Der möchte ich nicht. Jawoll Oh Gott, die Kugel kommt gleich Uiuiuiui Alter Alter Kettenklingen Affinität abgeschlossen Uiuiuiui Oh, geil Huch Und tschüss Tschüss Uiuiuiui Sieht fest glaube ich Hat auf jeden Fall hingeguckt Ob er möchte ich, dass die Aufladung mal speichern Geh hoch Hab's schon wieder gefunden? Ne, hab ich schon wieder gefunden am start er schießt schon wieder diese dinger los nein ich wollte gerade weg schlagen ich hab dann da kann man so eine blitzkugel auf die jahre ziehen die blitzkugel in seinen gesicht geballert war keine absicht aber egal muss sagen das war absicht bei dem könnte ich eigentlich eine andere mod reintun andere dinge da auch auch aua aua ei ja wohl gegen doch eigentlich vier stücke halten was ich und was habe ich einen nur ja ich habe einmal niedergestreckt ich habe zwei deswegen erhalten mit zwei und ein bonus ich habe ja ja auch noch mal wie ich glaube ich ne drei habe ich gekriegt ja dann sogar noch einmal dann haben wir den auch fertig ja dann würde ich sagen machen